Ich muss los. Mach's gut. Bis heute Abend. Diane, ich seh dich hoffentlich noch. Ja, klar. Weißt du, du hast wirklich den besten Mann der Welt. Sie haben alles. Eine fabelhafte Frau. Eine entzückende Tochter. Und einen tollen Job. Wiedersehen, Mäuschen. Hab euch lieb. Was denkst du? Dass wir es ganz schön weit gebracht haben. In einem Flinkert. Was wollen Sie? 24 Stunden gehören Sie mir. Wie viel wollen Sie? 142.367 Dollar. Ganz genau. Das ist alles, was wir haben. Was machen Sie da? Das ist mein Geld. Wir müssen tun, was er sagt. Ich rufe jetzt die Polizei. Nein, das kannst du doch nicht machen. Wieso weiß er so gut über uns Bescheid? Gibt es ein Problem, Sir? Nein, aber so. Wie viele Jahre kriegt man, wenn man sich in computerfreunde Firmen reinhält? Der Ruf ihrer Firma wäre dahin. Wo haben Sie das her? Er ist nur eine Kopie. Abby hat das Original. Nein! Ich hab gedacht, ich hätte dich verloren. Ich hab gedacht, ich hätte alles verloren. Hör ihnen Sie sich das Gefühl. Gut ist was Gutes, Mäuschen. Sind Sie wirklich die perfekte Ehefrau, für die Sie sich gern halten? Sie wollen ihr Leben zurück? Klar, was denn sonst? Erzähl mir einfach, was vorgefallen ist. Das lässt auch gar nichts mehr. Was wollen Sie von mir? Streite dich nie mit jemandem, der nichts zu verlieren hat. Nein, legen Sie nicht auf! Legen Sie eigentlich auf! Wenn das vorbei ist, bringe ich Sie um. Ja, aber es ist noch lange nicht vorbei. Ja, das sei gut! ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020